Musik Zusätzlich zum Camtasia-Koffer unter Option eine Camtasia-Lizenz zeitweilig zu nutzen, gibt es an der FH St. Pölten nun auch im Labor interaktive Medien im zweiten Stock die Möglichkeit, Lehrvideos aufzunehmen. Bitte den Raum über das CIS reservieren. Sollte der Raum verschlossen sein, lässt er sich mit der Campus-Card öffnen. Bitte sicherheitshalber bei IT und Infrastruktur fragen, ob die eigene Karte freigeschaltet ist. Bereiten Sie sich auf die Aufnahme am besten mit einem kleinen Drehbuch und oder einem Storyboard vor. Dabei und bei allen technischen Fragen unterstützt Sie gerne das Skill-Team. Wir haben ein Bitte-nicht-stören-Schild vorbereitet, das Sie an der Eingangstür befestigen können. Um eine gute Ausleuchtung der Videos sicherzustellen, schalten Sie bitte das Deckenlicht im Labor ein. Schließen Sie dann die Jalousien bei den vorderen beiden Fenstern. Im Labor gibt es nun auch ein interaktives Whiteboard. Auf den Außen- und Innenseiten der Flügel kann ganz normal mit Whiteboard-Stiften geschrieben werden. Bitte diese Flügel öffnen. Bitte auf keinen Fall am interaktiven Whiteboard selbst mit konventionellen Stiften schreiben, sondern ausschließlich mit jenen, die in der Ablage davor zu finden sind. Schalten Sie das Whiteboard an. Details zu dessen umfangreichen Funktionen finden sich in einem eigenen Video, das mit einer ausführlichen Anleitung ergänzt ist. Verstellen Sie die Höhe des Whiteboards so, dass die Mitte des Whiteboards etwa auf Ihrer Augenhöhe ist. Rechts neben dem Whiteboard befindet sich ein Stand-PC. Bitte schalten Sie diesen ein. Der Inhalt des Bildschirms wird automatisch am interaktiven Whiteboard sichtbar. Warten Sie, bis der PC vollständig hochgefahren ist und schalten erst dann die Videokamera an, die sich gegenüber des Whiteboards befindet. Deren Display hat eine Touch-Funktion. Bitte drücken Sie auf Funk und wählen dort dann die Funktion BLC dauerhaft ein. Diese muss auf On sein. Schließen Sie dann das Menü mit einem Druck auf das X-Symbol rechts oben. Schalten Sie dann den LED-Scheinwerfer ein und prüfen Sie bitte, ob dessen Intensität auf Maximum eingestellt ist. Mit einer in der Ablage des interaktiven Whiteboards zu findenden Fernbedienung können Sie mit Druck auf die Tasten T oder W den Zoom einstellen. Schalten Sie im nächsten Schritt den Empfänger für das Funkmikrofon ein. Der Kanal sollte auf 1 stehen. Nehmen Sie dann das Funkmikrofon. Sollten die Batterien leer sein, finden Sie frisch geladene am selben Ort wie das Mikrofon. Bitte die leeren Batterien in das dafür vorgesehene Ladegerät geben. Schalten Sie nun das Mikrofon an und befestigen es an der Kleidung, am besten am Kragen oder im Brustbereich. Das Sendegerät kann mit dem Clip am Gürtel oder am Hosenbund befestigt werden. Starten Sie nun am PC das Programm Camtasia. Klicken Sie auf Bildschirmaufnehmern und dann auf den roten Rec-Knopf. Die Zeit, die Sie danach zur weiteren Vorbereitung benötigen, können Sie mit Camtasia anschließend sehr einfach wegschneiden. Öffnen Sie nun das Programm Smart Notebook. Alles, was Sie nun am Whiteboard zeichnen oder präsentieren, wird aufgezeichnet. Ebenso Erklärungen, die Sie dazu sagen. Zu den Funktionen des Whiteboards, mit dem unter anderem auch Videos gezeigt werden können, gibt es ein eigenes Erklärvideo. Beenden Sie den Vollbildmodus von Smart Notebook mit einem Klick auf das blaue Bildschirmsymbol. Wechseln Sie mit dem weißen Camtasia-Symbol zur Camtasia-Aufnahme und beenden diese mit Klick auf Stop. Speichern Sie nun das Ergebnis in einem Verzeichnis Ihrer Wahl. Am besten am Desktop, wo Sie es dann leicht am Ende der Arbeit finden können, um es mit einem USB-Stick mitzunehmen. Sie können nun die Aufnahme bearbeiten. Zu den Möglichkeiten von Camtasia gibt es zahlreiche Erklärvideos, deren Link sich alle am Skill-Blog befinden. Sie können etwa wählen, wie groß die Fenster mit dem Agieren vor dem Smartboard bzw. den Präsentationsinhalten am interaktiven Whiteboard sind. Ergänzt werden können auch Ausschnitte aus anderen Videos. Speichern Sie abschließend nochmals alle Änderungen. Bitte schließen Sie am Ende die Programme Camtasia sowie Smart Notebook und fahren den PC herunter. Bitte schalten Sie auch das Funkmikrofon aus und geben Sie es an seinen Platz zurück. Schalten Sie dann auch das interaktive Smartboard aus und schließen die Seitenflügel. Bitte auch den Scheinwerfer und die Videokamera ausschalten. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF für funk, 2017